Heute geht es um Gottlob Frege, Logiker, Mathematiker und Philosoph, als introvertierter Mensch beschrieben, der dennoch durchaus sarkastisch sein konnte. Ich möchte heute seine Sprachphilosophie, wie er sie im Aufsatz über Sinn und Bedeutung darlegte, thematisieren. Und dies beabsichtige ich in einer Art und Weise, die immer wieder die Philosophie der Mathematik flankiert, denn gerade daher stammen Freges Ideen. Er hat seine Sprachphilosophie in der Tat eher beiläufig entwickelt, auf dem Weg zur Verwirklichung eines größeren Unternehmens, der Grundlagenschaffung für die Mathematik, die zu Freges Zeiten Gegenstand kontroverser Debatten war. Ich werde daher von der Geburt der analytischen Sprachphilosophie aus dem Geiste der Mathematik sprechen und immer wieder, wie Frege selbst, mathematische Beispiele anführen. Zuschauer, die sich allein für den philosophischen Teil interessieren, werden sich allerdings darum nicht überfordert vorfinden, da ich Freges Logizismus in einem anderen Video gesondert behandeln möchte. Also nun, nach diesem kleinen Präludium, beginnen wir mit dem ersten Teil, in dem ich Frege als Person, aber auch sein Werk, vorstellen möchte. Danach werde ich etwas über den Entstehungszusammenhang des Werks, über Sinn und Bedeutung sagen, indem wir an Freges mathematische Erfahrungswelt anknüpfend motivierende Beispiele betrachten werden. Gottlob Frege, geboren in Wismar im Jahre 1848 als Friedrich Ludwig Gottlob Frege, gilt als einer der Wegbereite der analytischen Philosophie, insbesondere der Sprachphilosophie und Logik. Zu Lebzeiten noch weitgehend ignoriert, machten spätere Generationen, darunter vor allem Peano, Russell und Wittgenstein, der Frege auch besuchte, sein Werk bekannt. Heute heißt es etwa in der Encyclopedia of Philosophy, Frege is widely considered to be the greatest logician since Aristotle, and one of the most profound philosophers of mathematics ever. Als früher Einfluss von Frege ist sein Vater zu nennen, der Lehrer und Direktor einer Privatschule für Mädchen war und ein Buch unter dem Titel Hilfsbuch zum Unterrichte in der deutschen Sprache für Kinder von 9 bis 13 Jahren veröffentlichte, das Freges Neugierde an Sprachen weckte. Frege studierte in Göttingen und Jena, besuchte in den vier Semestern seines Studiums etwa 20 Vorlesungen, die meisten davon in Mathematik und Physik. 1873 promovierte Frege mit einer Dissertation unter dem Titel Über eine geometrische Darstellung der imaginären Gebilde in der Ebene. Nach der Promotion lehrte Frege als Privatdozent. Freges einziger Student von Bedeutung sollte Rudolf Karnab werden. Karnab selbst beschreibt Frege als äußerst introvertierten Menschen, der in seinen Lehrveranstaltungen, denen nur wenige Studenten beiwohnten, die meiste Zeit mit dem Rücken zur Tafel zugewandt sprach und keinerlei Nachfrage oder Diskussion anregte. Er war jedoch dafür bekannt, gelegentlich Witz oder bitteren Sarkasmus in seinen Vorlesungen zu zeigen. Um ein paar Eckpunkte von Freges Leistungen hervorzuheben, er entwickelte eine formale Sprache und damit im selben Schritt formale Beweise, die heute eine wesentliche Grundlage für Computertechnik und Informatik sind. Weiterhin schaffte er formale Methoden für die Semantik. Heute werden diese Methoden weiterentwickelt und ergänzt unter dem Schlagwort formale Semantik. Und zuletzt seine sprachphilosophischen Betrachtungen, die wir uns heute ansehen wollen, beeinflussten Karnab, Russell und Wittgenstein. Als wichtigste Werke von Frege sind folgende zu nennen. Einmal die Begriffsschrift, eine mit dem Zusatz getitelt eine der arithmetischen nachgewildete Formelsprache reinen Denkens. Frege gelang in diesem Buch zum ersten Mal eine Formalisierung der klassischen Prädikatenlogik und damit die erste Formalisierung einer Logik, in der sich ein hinreichend großer Teil der Mathematik, aber auch der natürlichen Sprache ausdrucken ließ. Ein weiteres Werk, die Grundlagen der Arithmetik, eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. 1891, Funktion und Begriff. Hier sieht man schön die geistige Provenienz Freges, die stets in der Logik und Mathematik verortet war. Schließlich der Aufsatz über Sinn und Bedeutung, den wir uns heute ansehen möchten, und die Grundgesetze der Arithmetik. Die Grundgesetze der Arithmetik führe ich hier an, weil hierin Freges Lebenswerk bestand, das durch die Russell'sche Antinomie stark erschüttert wurde. Frege schickte, als er von dieser Antinomie Notiz nahm, dem neuen Band des Werkes folgende Worte voran. Einem wissenschaftlichen Schriftsteller kann kaum etwas Unerwünschteres begegnen, als dass ihm nach Vollendung seiner Arbeit eine der Grundlagen seines Baues erschüttert wird. In diese Lage wurde ich durch einen Brief des Herrn Bertrand Russell versetzt, als der Druck dieses Bandes sich einem Ende näherte. Zu allem Unglück starb seine Frau zwei Jahre später und Frege verfiel über längere Zeit in Depressionen. Es dauerte lang, bis er wieder etwas veröffentlichte. Wichtig aus dieser Zeit ist der Text Der Gedanke, eine logische Untersuchung aus 1919. Da sieht man auch schön den Sprung ganze 26 Jahre später. Zuletzt noch eine bedrückendere Einsicht in Freges Leben, der nie politisch aufgetreten ist und wie erwähnt ein zurückhaltender Mensch war. Freges Schriften waren rein technische Natur und hatten mit praktischen bzw. politischen Fragen nichts zu tun. Entsprechend schockiert war der Frege-Forscher damit, als er beim Lesen von Freges Tagebuch entdeckte, dass sein Held ein Antisemit war. Also kurz ein paar Eckpunkte zum Fall Frege. Nach der Deutschen Revolution 1918-1919 radikalisierten sich Freges politische Ansichten. In seinem Tagebuch plädierte er dafür, dass Demokraten, Liberale, Katholiken, Franzosen und Juden die politischen Rechte verlieren sollten und am besten aus Deutschland vertrieben werden sollten. Er kritisierte ferner das allgemeine Wahlrecht und den Sozialismus und in einem Eintrag vom 5. Mai 1924 äußerte Frege seine Zustimmung zu einem Artikel in Houston Stuart Chamberlains Deutschlands Erneuerung, in dem Adolf Hitler gelobt wurde. Ein Jahr später starb Frege in Bad Klein in Mecklenburg-Vorpommern. Frege ist also vor dem Nationalsozialismus und der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933 gestorben, daher bleiben seine Ansichten insgesamt zum Nationalsozialismus natürlich reine Spekulationen. Die frühen 1920er Jahre in Deutschland waren eine sehr aufgewühlte Zeit, Hyperinflation, eine neue demokratische Regierung, die keine große Legitimation hatte, Stichwort Dolchstoßlegende. Hitler wird auf Frege womöglich als strahlende Gestalt erschienen haben, die sich den Problemen annehmen und Deutschland aus diesen Irrungen und Wirrungen führen kann. Gut, mit diesen Bemerkungen schließen wir den ersten Teil und gehen zur Motivation und den Entstehungszusammenhang des Textes über. Frege war Vertreter des Programms des Logizismus, welches die Mathematik auf die Logik zurückzuführen suchte. Bei der Grundlagenschaffung ging Frege wie folgt vor. Es ging ihm zunächst darum, die natürlichen Zahlen auf logische Begriffe zurückzuführen, um dann die gesamte Mathematik zu arithmetisieren. Er begann also bei den scheinbar leichtesten und grundlegendsten Objekten der Mathematik, den Zahlen und wollte von diesen ausgehend auf dem Fundament der Zahlen, den Rest arithmetisieren. Was eine Zahl ist, ist aber gar nicht so klar. Frege schreibt, Es ist doch eigentlich ein Skandal, dass die Wissenschaft noch über das Wesen der Zahl im Unklaren ist. Dass man noch keine allgemein anerkannte Definition der Zahl hat, möchte angehen, wenn man wenigstens in der Sache übereinstimmte. Aber selbst darüber, ob die Zahl eine Gruppe von Dingen oder eine mit Kreide auf einer schwarzen Tafel von Menschenhand verzeichnete Figur sei, ob sie etwas Seelisches, über dessen Entstehung die Psychologie Auskunft geben müsse, oder ob sie ein logisches Gebilde sei, ob sie geschaffen sei und vergehen könne, oder ob sie ewig sei, selbst darüber hat die Wissenschaft noch nichts entschieden. Ist das nicht ein Skandal? Ob ihre Leersätze von jenen aus Kohlesauerem Kalke bestehenden Gebilden oder von unsinnlichen Gegenständen handeln, weiß die Arithmetik nicht. Die Wissenschaft weiß also nicht, welchen Gedankeninhalt sie mit ihren Leersätzen verbindet. Sie weiß nicht, womit sie sich beschäftigt. Ist das nicht ein Skandal? Denken wir kurz über Zahlen nach. Was sind Zahlen? Vielleicht ist es sinnvoll, dort anzusetzen, wie Kinder zahlen und zählen lernen. Man gibt ihnen zum Beispiel Gegenstände in die Hand, etwa zwei Äpfel, und sagt, nun hast du zwei Äpfel in der Hand. Händigt man dem Kind einen weiteren Apfel, so hält es nun drei in der Hand, was man ihm wieder signalisiert. Wiederholt man dieses Experiment, dieses Mal nicht mit Äpfeln, sondern mit einem anderen Gegenstand, und sagt etwa im hinweisenden Zeigen auf einen Stapel von zum Beispiel fünf Bananen, dies sind fünf Bananen, so kommt es, dass sich mit der Zeit die Anzahlen, die bisweilen an konkrete Gegenstände gebunden waren, von diesen Loslösen und von der 2, 3, 4 und so weiter als solche gesprochen wird, die für jede Art abstrakte Zusammenfassung mehrerer Dinge stehen kann. Nun stellt man sich die Frage, ob dieses Konzept denn ein neues ist und wenn ja, inwiefern diese so konzipierten Zahlen vom Gedachtwerden des Menschen abhängig sind oder so wie die Planeten um uns herum auch unabhängig von unserem Denken existieren. Wenn man sich zum Beispiel diesen Apfelbaum ansieht, dann neigt man zumindest intuitiv dazu, zu sagen, dass es völlig egal ist, ob es eine intelligente Lebensform gibt, die das abstrakte Konzept der Zahlen neun fasst, damit an diesem Baum neun Äpfel hängen. Es waren schon immer neun und das unabhängig vom Menschen möchte man meinen. Auch bei geometrischen Gebilden kann man sich das fragen. Es ist immer ein Erfolg, wenn ein Kind versteht, dass der Lehrer nicht über das aus Kohle saurem Kalke bestehende Gebilde an der Tafel spricht, sondern über das ideale Dreieck der Mathematik, mit Strecken, ohne Ausdehnung und so weiter. Und wie sieht es mit den Dingen aus, die wir über dieses Dreieck wie das unten stehende aussagen? Gilt der Satz des Pythagoras auch ohne, dass ein Mensch diesen Satz erfasst? Man möchte meinen, dass er doch schon immer wahr ist, also zeitlos und trägerunabhängig, das heißt auch unabhängig vom Menschlichen gedacht werden. Wenn wir Elektronen für existent halten und diese mathematisch beschrieben werden, warum dann nicht auch die Zahlen? Ist Mathematik in der Erfahrung verankert und wenn ja, wie? Wie kommt es, dass Mathematik auf die Gegenstände der Wirklichkeit so vortrefflich passt? Oder, das ist die Gegenthese, sind Zahlen einfach nur leblose Zeichen, die auf nichts referieren, ohne Eigenleben, bloß Tinte auf dem Papier oder Kalk auf der Tafel, Pixel auf dem Bildschirm, für die es ausgefeilte Manipulationsregeln gibt, von denen aber auch unsere wichtigsten physikalischen Theorien abhängen, die wir sehr wohl für wahr halten. Fragen über Fragen, die natürlich nicht alle hier behandelt werden können, denn es geht natürlich immer noch um Frege. Also nun zur Überleitung in Richtung Sprachphilosophie. Dafür schauen wir uns ein Beispiel aus der Mathematik an, das Teile des Textes von Frege motivieren wird. Ich denke, die meisten wissen, was ein Palindrom ist, ganz allgemein eine Folge von Zeichen, die sich vorwärts sowie rückwärts liest. Beispiele sind Anna, Rentner, aber natürlich gibt es auch Zahlenpalindrome wie 5, 4, 4, 5 oder 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Das liest sich vorwärts wie rückwärts. Schauen wir uns nun die Zahl 27 an. Diese wird im gewohnten Dezimalsystem dargestellt als eine 2 gefolgt von einer 7. Der Informatiker wird allerdings auch wohlvertraut mit der Binärdarstellung sein, also im Stellenwertsystem zur Basis 2. Überdies gibt es römische Zahlschrift, ägyptische Zahlschrift und vieles mehr. Alles Darstellungen für ein und dieselbe Zahl. Es ist nicht so, dass die Binärdarstellung eine andere Zahl bezeichnen würde als die in der römischen Zahlschrift oder die im gewohnten Dezimalsystem. Nun verhält es sich aber so, dass 11011 ein Palindrom ist, 27, und die römische Zahlschrift XXVII aber nicht. Die Eigenschaft einer Zahl, Palindrom zu sein, hängt offenbar von der Art der Darstellungsweise ab. Man schließt so, darin folge ich Hamkins Vorlesungen über die Philosophie der Mathematik, dass es sich bei der Eigenschaft, ein Palindrom zu sein, nicht um eine Eigenschaft von Zahlen, sondern Zahlwörtern handelt. Der Linguist spricht von Numeralia, dem Zahlwort oder den Zahlwörtern. Die Frage, ob eine Zahl ein Palindrom ist, hängt also von der Basis ab, in der sie dargestellt wird. Tatsächlich ist jede Zahl in einer Basis ein Palindrom, da sie so dann zu einer Ziffer, sprich einem Palindrom würde. Wir sollten also den Bezeichner, den Designator, nicht mit dem Bezeichneten, dem Designatum, verwechseln. Einmal sprechen wir über Zahlen, einmal über Wörter für Zahlen. In Freges Text wird es gleich zu Beginn um den Begriff der Identität gehen. Darum schauen wir uns kurz einen sehr bekannten Satz über die Identität des Nichtunterscheidbaren von Leibniz an. Dieser sagt, in einer einfachen Fassung, wir werden die später noch verfeinern, ein Gegenstand a ist genau dann mit einem Gegenstand b identisch, wenn alle Eigenschaften, die a zukommen, auch b zukommen und umgekehrt. Schauen wir uns ein Beispiel an. Es gilt, dass 3 Sechstel ein Halb ist. Aber ein Halb besitzt im Gegensatz zu 3 Sechstel die Eigenschaft des Gekürztseins. Ein Halb besitzt also die Eigenschaft des Gekürztseins, die 3 Sechstel nicht zukommt. Sind diese Zahlen nach dem Satz von Leibniz dann doch nicht gleich zu nennen? Hier muss man aufpassen. Die Zahlen sind gleich, denn gekürzt sein ist wieder eine Eigenschaft des Zahl-Worts, der Darstellungsweise, nicht des Bezeichneten, also der Zahl selbst. Die Moral dieser Folie ist also, dass man die Zahl nicht mit seinem Zahl-Wort oder Zahl-Zeichen verwechseln sollte und allgemeine Begriff nicht mit Gegenstand, Bezeichnung nicht mit Bezeichnetem verwechseln. Wir hatten uns überlegt, wie Kinder das Zählen lernen. Es klingt irgendwie merkwürdig zu sagen, dass die Frage, wie viele Äpfel hängen an dem Baum, unbeantwortet bliebe bzw. die Äpfel nicht schon immer 9, waren. Ein Problem stellt sich dabei wie folgt. Man quantifiziert bei diesen Vorstellungen über Dinge, die eigentlich nicht gleich sind. Man hält sie durch Kategorien und Artbegriffe zusammen und behandelt sie als mehrere Repräsentanten einer Art. Man sagt 9 Stück und meint 9 von derselben Art. Aber diese Bildung von Arten und die Weise, wie wir Ungleiches als Gleiches behandeln und dann sagen, wir hätten mehrere Dinge davon, derselben Art, ist für Nietzsche der Irrtum, der zur Erfindung der Zahlen führte. Er schreibt, Die Erfindung der Gesetze der Zahlen ist aufgrund des schon ursprünglich herrschenden Irrtums gemacht, dass es mehrere gleiche Dinge gebe. Aber tatsächlich gibt es nichts Gleiches. Mindestens, dass es Dinge gebe, aber es gibt kein Ding. Die Annahme der Vielheit setzt immer schon voraus, dass es etwas gebe, was vielfach vorkommt. Aber gerade hier schon waltet der Irrtum, schon da fingieren wir Wesen, Einheiten, die es nicht gibt. Man kann sich also fragen, was ist es, was wir gleichsetzen. Gibt es überhaupt etwas, das man miteinander gleichsetzen könnte oder sind nur Dinge mit sich selbst gleich? Wie kann etwas zu einer anderen Sache gleich sein, wenn doch zumindest alle Dinge orts- und zeitversetzt sind und damit eben unterscheidbar sind, wenn wir uns an Leibniz-Satz erinnern? Daraus ernten wir natürlich eine Reihe an Anschlussfragen. Was bedeutet es denn, für ein Objekt mit sich selbst identisch zu sein? Wenn x und y identisch sind, müssen sie dann immer identisch sein, also sind sie notwendigerweise identisch. Und was bedeutet es, dass ein Objekt dasselbe ist, wenn es sich im Laufe der Zeit verändert? Ist zum Beispiel der Apfel zum Zeitpunkt t derselbe wie der Apfel zum Zeitpunkt t plus 1? In der Philosophie sehr bekannt ist natürlich auch das Beispiel des Schiffes von T-Säus, wenn die Teile eines Objekts im Laufe der Zeit vollständig ersetzt werden, wie im Beispiel des Schiffes des T-Säus, inwiefern ist es dann dasselbe? Und das gleiche können wir uns natürlich auch für Menschen fragen, wenn wir an Zellerneuerung uns erinnern. Also alles verbunden mit Fragen personaler Identität. Gut, aber damit schließen wir nun den zweiten Teil und gehen über zur Frege. Der Text geht ziemlich in medias res los, daher das längere Vorwort. Also ich fange an. Die Gleichheit fordert das Nachdenken heraus durch Fragen, die sich daran anknüpfen und nicht ganz leicht zu beantworten sind. Ist sie eine Beziehung? Eine Beziehung zwischen Gegenständen? Oder zwischen Namen oder Zeichen für Gegenstände? Das letzte hatte ich in meiner Begriffsschrift angenommen. Das ist eben die Frage danach, was Gleichheit ist und was es ist, dass wir gleichsetzen. Setzen wir in der Mathematik Zeichen gleich, die über das Zeichen hinaus aber nichts weiter sind, Kreide auf einer Tafel, Tintenschwärz auf einem Blatt Papier, Pixel auf einem Bildschirm. Ist es also eine Beziehung für die Zeichen oder besteht die Gleichheit in der Gleichheit der von diesen Zeichen bezeichneten Dingen? Frege nahm in der Begriffsschrift an, dass die Gleichheit eine Beziehung zwischen Namen für Gegenstände ist, also dass die Gleichheit nicht zwischen den bezeichneten Gegenständen selbst besteht, wenn man sagt, dass A gleich B ist. Und das möchte er jetzt begründen. Die Gründe, die dafür zu sprechen scheinen, sind folgende. A gleich A und A gleich B sind offenbar Sätze von verschiedenem Erkenntniswert. A gleich A gilt a priori und ist nach Kant analytisch zu nennen, während Sätze von der Form A gleich B oft sehr wertvolle Erweiterungen unserer Erkenntnis erhalten und a priori nicht immer zu begründen sind. Wenn wir nun in der Gleichheit eine Beziehung zwischen dem sehen wollten, was die Namen A und B bedeuten, so schiene A gleich B von A gleich A nicht verschieden sein zu können, falls nämlich A gleich B wahr ist. Es wäre hiermit eine Beziehung eines Dings zu sich selbst ausgedrückt, und zwar eine solche, in der jedes Ding mit sich selbst, aber kein Ding mit einem anderen steht. Wir charakterisieren hier, also zum Zweck des Arguments, die Gleichheit als eine Beziehung zwischen Gegenständen. Denn das, was die Namen A und B bedeuten, sind die jeweiligen bezeichneten Gegenstände. Bedeutung ist bei Frege sehr unglücklich gewählt. Für gegenwärtige deutsche Sprecher er meint damit das, auf was die Begriffe hindeuten, hindeuten, also modern gesprochen, auf was sie referieren. Also er nutzt B bedeuten im Sinne von hindeuten, auf was der Begriff zeigt, auf was er verweist, auf was er sich bezieht, eben auf was er referiert. Wenn wir die erste Lesart wählen, also dass die Gleichheit eine Beziehung zwischen den Gegenständen, den bezeichneten Gegenständen ist, und nicht zwischen den Bezeichnern selbst, dann kann, so Frege hier, offenbar etwas nur zu sich selbst gleich sein. Es gibt eben in der Realität nicht zwei Dinge, die identisch sind. Etwas kann nur mit sich selbst identisch sein. Alles andere ist mindestens Ort und Zeit versetzt. Was man mit A gleich B sagen will, scheint zu sein, dass die Zeichen oder Namen A und B dasselbe bedeuten. Das bedeutet eben auf dasselbe referieren. Und dann wäre eben von jenen Zeichen die Rede. Es würde eine Beziehung zwischen ihnen behauptet, aber diese Beziehung bestände zwischen den Namen oder Zeichen nur, insofern sie etwas benennen oder bezeichnen. Sie wäre eine vermittelte, durch die Verknüpfung jedes der beiden Zeichen mit demselben Bezeichneten. Es würde sich also unter dieser Interpretation um eine vermittelte Beziehung handeln. Die Namen sind Stellvertreter für die Gegenstände, deswegen ist es eine vermittelte Beziehung, die gleicher zwischen den bezeichneten Gegenständen vererbt sich auf die Bezeichner. Diese Verknüpfung aber ist willkürlich. Man kann keinem verbieten, irgendeinen willkürlich hervorzubringenden Vorgang oder Gegenstand zum Zeichen für irgendetwas anzunehmen. Damit würde dann ein Satz A gleich B nicht mehr die Sache selbst, sondern nur noch unsere Bezeichnungsweise betreffen. Wir würden keine eigentliche Erkenntnis darin ausdrücken. Das wollen wir doch aber gerade in vielen Fällen. Zunächst einmal ist ganz eingänglich, dass ein Begriff eine Bedeutung, das heißt bei Frege eine Referenz hat. Wenn wir Kafka sagen, dann meinen wir den Autor von Das Schloss. Nach Frege hat ein Begriff aber noch eine zweite semantische Eigenschaft, den Sinn. Das zentrale Argument nun für die Trennung von Bedeutung und Sinn ist das Argument der sogenannten informativen Identität. Ich habe dieses nach bestem Wissen in Prämissen und Konklusionen aufgeteilt, um es so transparent wie möglich zu rekonstruieren. Das ist allerdings eine persönliche Interpretation, die aber so auch von einigen Frege-Forschern geteilt wird. Frege unterscheidet also zu Beginn seines Aufsatzes zwischen der Gleichheit von A gleich A und A gleich B, also einerseits den Fall der reflexiv-tautologischen Gleichheit von A mit sich selbst, welche a priorisch gelte und daher nach Kant analytisch genannt werden könne. Andererseits behandelt er den Fall der Gleichheit von A gleich B, welche einen kognitiven Mehrwert über die bloße Selbstreferentialität hinaus transportiere. Nehmen wir die erste Prämisse. Wenn A gleich B wahr ist, dann bezeichnen, oder eben bei Frege bedeuten, A und B denselben Gegenstand. Zum Beispiel ist Karl-Marx-Stadt gleich Chemnitz wahr, das heißt sowohl Karl-Marx-Stadt als auch Chemnitz bezeichnen die Stadt in Sachsen. Die zweite Prämisse sagt folgendes. Wenn A gleich B informativ ist, dann können A und B nicht denselben semantischen Gehalt haben, denn wir haben offenbar durch die Information etwas Neues gelernt. Machen wir ein Experiment. Jeder wird wissen, dass die Gleichheit, dass Novales gleich Novales ist, gilt. Das ist, wie erwähnt, a priorisch. Man müsste nicht einmal wissen, wer Novales ist. Anders fällt es sich bei der Gleichheit von A gleich B. In diesem Fall, dass Novales gleich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg ist. Wenn dieses Experiment funktioniert hat, dann hat der ein oder andere bei dieser Gleichheit etwas Neues gelernt. Zum Beispiel, dass Novales ein Pseudonym ist, nicht der bürgerliche Name. Das heißt, Prämisse 3 folgt, es gibt Ausdrücke der Form A gleich B, die wahr und informativ sind. Daraus folgert Frege, dass der Gehalt eines Begriffs sich nicht allein im bezeichneten Gegenstand erschöpfen kann, denn dieser ist überall gleich, namentlich Novales. Wenn wir hier nur die Referenzebene betrachten, so würden wir auf dieser Ebene allein von keinem Unterschieds Notiz nehmen können, der die Informativität begründen könnte, denn sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite sagen wir, dass eine Person mit sich selbst identisch ist. Sowohl Novales als auch Georg Philipp Friedrich von Hardenberg referieren nämlich auf ein und dieselbe Person. Wir haben bei der rechten Gleichheit aber was Neues gelernt, zum Beispiel, dass Novales ein Pseudonym ist. Die Begriffe referieren allerdings auf ein und dieselbe Person. Friedrichs Erklärung zielt nun also darauf ab, dass die Begriffe zwar die gleiche Bedeutung haben, das heißt die gleiche Referenz, aber unterschiedlichen Sinn. Er schlägt so dann vor, dass es mindestens zwei semantische Beziehungen gibt, nämlich Bedeutung und Sinn. Wenn wir also sagen, dass ein Halb gleich Dreisechstel ist, besteht die Gleichheit darin, dass die beiden Zeichen, also ein Halb als auch Dreisechstel, mit derselben Zahl verknüpft sind und eine Zahl immer mit sich selbst gleich ist. Diese Identität eines Dings mit sich selbst wird dann auf die Bezeichner dieses Dings vermittelt, da die Zeichen eben mit diesem Ding verknüpft sind. Und das sagen wir, wenn wir sagen, dass ein Halb gleich Dreisechstel ist. Noch ein Beispiel aus der Mathematik, dieses stammt nun von Frege selbst. Nehmen wir das nebenstehende Dreieck und zeichnen die seitenhalbierenden ma, mb und mc ein. Wir sehen, dass sie sich alle in einem Punkt, dem sogenannten Schwerpunkt, schneiden. Wenn wir nun sagen, dass Schnittpunkt von ma und mb gleich Schnittpunkt von ma und mb ist, so haben wir nichts Neues gelernt. Das gilt a priori. Wenn wir aber sagen, dass der Schnittpunkt von ma und mb gleich dem Schnittpunkt von mb und mc ist, so haben wir durch diese Gleichheit offenbar gelernt, dass sich die seitenhalbierenden alle in einem Punkt schneiden. Diesen Punkt nennt man, wie gesagt, den Schwerpunkt des Dreiecks. Die Bedeutung, und das ist der Punkt, von Schnittpunkt von ma und mb und Schnittpunkt von mb und mc ist dabei natürlich gleich. Sowohl der Schnitt von ma und mb als auch der Schnitt von mb und mc bezeichnen den Schwerpunkt. Sie haben dieselbe Bedeutung bei Frege. Sie haben aber unterschiedlichen Sinn. Frege spricht von unterschiedlichen Arten des Gegebenseins des Bezeichneten, also jedem Schwerpunkt. Man beleuchtet den Schwerpunkt mit den zwei Bezeichnungen verschieden. Einmal in der Art des Gegebenseins als Schnittpunkt von ma und mb und einmal ist er in der Art gegeben, die der Schnittpunkt von mb und mc meint. Also nochmal als Memo. Die Gleichheit a gleich a wäre von a gleich b nicht verschieden, insofern a gleich b wahr ist und wir Gleichheit konzeptualisieren als eine vermittelte Beziehung, also als eine Gleichheit zwischen den bezeichneten Gegenständen, nicht zwischen den Bezeichnern, die wir dann durch die Zeichen als Stellvertreter der Gegenstände nur verschriftlichen. Frege sagt aber, sie sind verschieden und votiert daher für die Lesart der Gleichheit als eine Gleichheit zwischen den Bezeichnen, nicht zwischen den bezeichneten Gegenständen. Wittgenstein, der Frege wie gesagt besuchte und ihn schätzte, schrieb im Traktatus, dass die Identität keine Relation zwischen Gegenständen ist, leuchtet ein. Und weiter, zwischen zwei verschiedenen Dingen zu sagen, sie seien identisch, ist ein Unsinn und von einem zu sagen, es sei identisch mit sich selbst, sagt gar nichts. Frege sagt nun, wenn wir Novalis ist gleich Georg Philipp Friedrich von Hardenberg sagen, sagen wir nicht, dass ein Ding mit sich selbst identisch ist, beziehungsweise nicht allein. Sonst wäre es von Novalis gleich Novalis nicht zu unterscheiden. Wir sagen etwas Neues. Ich habe nochmal ein paar Beispiele, die wir besprochen haben, zum Vergleich angeführt. Wir haben also a gleich a, hierunter viele sowas wie 2 gleich 2. Bei a gleich b hätte man vielleicht sowas wie 8 minus 6 und 1 plus 1. Beide haben dieselbe Bedeutung, referieren auf dasselbe, nämlich die Zahl 2, aber es sind unterschiedliche Gegebenheitsweisen. Man lernt auch insofern etwas Neues, als dass man darüber Kenntnis erlangt, dass die Zahl 2 sowohl als Summe zweier Zahlen als auch als Differenz zweier Zahlen geschrieben werden kann. Negative Zahlen lernen Kinder üblicherweise erst nach den positiven Zahlen, also dass hier wirklich Erkenntnis stattfindet, die nicht a priori ist. Auf der einen Seite haben wir dann Novalis ist gleich Novalis, auf der anderen Seite Novalis ist Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. Hier haben wir Chemnitz ist gleich Chemnitz, dort Karl-Marx-Stadt ist gleich Chemnitz und zuletzt das Beispiel mit den Schnittpunkten der vorherigen Folie. Ein feiner Unterschied besteht allerdings weiter, der Beachtung verdient. Es gibt zum einen verschiedene Arten des Gegebenseins, als auch reine Beziehungen zwischen den Bezeichnungen. Man könnte hier von zwei Ebenen der Informativität sprechen. Wenn ich sage, dass WM gleich Weltmeisterschaft oder Kuli gleich Kugelschreiber, 4 ist gleich Römisch 4 beziehungsweise Wasser ist gleich Aqua, so scheinen hier wenige Informationen zu halten, als im Falle der Gleichheit von Novalis und Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. Es handelt sich hier um rein innersprachliche Abwandlungen. Bei WM und Weltmeisterschaft zum Beispiel um ein Akronym. Man lernt bei der Gleichheit von 4 ist gleich Römisch 4, nur etwas über das Zeichen, nicht über die Zahl und ihre Eigenschaften als solche. Anders fällt es sich dann bei 8 minus 4 und 2 plus 2. Hier lernt man, wie schon erwähnt, dass die 4 als Differenz und als Summe darstellbar ist. Ebenso verhält es sich bei Morgenstern ist gleich Abendstern, dazu gleich Meer, oder Wasser ist gleich H2O. Wir wissen, dass H2O und Wasser dieselbe Bedeutung haben, also dieselbe Referenz, auch wenn sie unterschiedlichen Sinn haben. Sie gehören beide zu dem Bezeichneten. Bei H2O beleuchten wir aber im Gegensatz zu Wasser die chemische Zusammensetzung. Und man kann sich jetzt noch weitere Sachen vorstellen, zum Beispiel das trinkbare Fluidum referiert auch auf Wasser. Hier steckt die Information der Trinkbarkeit und der Fluidität. Es ist eine andere Art des Gegebenseins, desselben Bezeichnen. Also zusammenfassend, das ist der erste Teil des Aufsatzes. Wir trennen für Eigennamen, das sind Ausdrücke wie Anton, Montag, Wasser, also singuläre Therme, dass sie sowohl eine Bedeutung haben, das ist der Gegenstand, auf den der Ausdruck sich bezieht, als auch ein Sinn, die Art des Gegebenseins, in Phreges Worten. Das berühmteste Beispiel zu dieser Trennung ist nun das vom Abend- und Morgenstern. Phrege schreibt, es würde die Bedeutung von Abend- und Morgenstern dieselbe sein, aber nicht der Sinn. Kurz etwas zum Hintergrund, der ist sehr wichtig für das Verständnis dieses Satzes. Wenn man diesen kennt, ist das Beispiel genial. Zunächst zum Morgenstern, das ist das hellste, vor Sonnenaufgang hervortretende Gestirn. Das bezeichnet der Ausdruck Morgenstern. In der griechischen Mythologie wird der Morgenstern durch Phosphorus personifiziert. Der Abendstern wiederum ist das hellste Gestirn nach Sonnenuntergang, außer dem Mond. Hesperus ist in der griechischen Mythologie ein Titan. Der Clou ist hier, dass Morgenstern und Abendstern sich im Falle, dass der Planet Venus sichtbar ist, auf das gleiche Wandelgestirn beziehen, was einstmals nicht bekannt war. Man dachte, dass der hellste Stern vor Sonnenaufgang ein anderer ist, als der nach Sonnenuntergang. Friges Argument ist nun, dass wir mit Morgenstern ist gleich Abendstern nicht über ein Objekt aussagen, dass es mit sich selbst identisch ist, wie zum Beispiel bei Morgenstern ist gleich Morgenstern, sondern wir haben etwas Neues entdeckt. Die Begriffe aber referieren auf dasselbe Objekt. Das heißt, der semantische Gehalt eines Begriffs ist durch das, was er bezeichnet, seine Bedeutung, nicht erschöpfend erklärt, sondern erst im Verbund damit, wie er es bezeichnet. Das ist der Sinn des Bezeichneten, wie er das Bezeichnete beleuchtet. Morgenstern und Abendstern haben also dieselbe Bedeutung, aber unterschiedlichen Sinn. Es sind andere Arten des Gegebenseins. Es gibt nun aber auch leere Namen, also Namen, die auf nichts referieren. Darunter zählt zum Beispiel Rotkäpfchen oder Donald Duck. Um nicht fiktive Beispiele zu nennen, die Frege selbst anführt, der am weitesten entfernte Himmelskörper oder die am wenigsten konvegente Reihe. Bei dem weitesten entfernten Himmelskörper ist unklar, ob dieser Ausdruck etwas bezeichnet. Das Universum könnte zum Beispiel unendlich groß sein. Wir können den Satz aber problemlos verstehen, ebenso wie wir offenbar falsche und richtige Dinge über Donald Duck sagen können, obwohl Donald Duck selbst keine Bedeutung im fregischen Sinne hat, also keine Referenz. Der Ausdruck, die am weitesten konvegente Reihe, hat einen Sinn, aber man beweist, dass er keine Bedeutung hat, da man zu jeder konvegenten Reihe eine weniger konvegente, aber immer noch konvegente finden kann. Wir haben nun also über Sinn und Bedeutung gesprochen. Ein weiterer Begriff thematisiert Frege in dem Text die Vorstellung. Es ist ihm wichtig, darzulegen, dass der Sinn eines Begriffs nicht subjektiv ist, sondern er möchte diesen als objektiv verstanden wissen. Daher grenzt er zunächst diese beiden Begriffe gegeneinander ab. Er schreibt, ein Maler, ein Reiter, ein Zoologe werden wahrscheinlich sehr verschiedene Vorstellungen mit dem Namen Bucephalus verbinden. Bucephalus war das Streitrost von Alexander dem Großen, rechts abgebildet. Beim Hören des Begriffs Bucephalus denkt ein Künstler möglicherweise an ein Bild mit dem Titel Bucephalus, ein Zoologe an ein echtes Pferd. Andere Beispiele, wenn ich Zylinder sage, dann denkt vielleicht der eine an einen Hut, ein anderer an das geometrische Objekt. Ein Autoliebhaber wird beim Hören von Trabant an den Pkw denken, ein Astronom an den Trabanten der Erde, den Mond. Und generell natürlich alle Homonyme. Ball kann für den Fuß, aber auch für den Tanzball stehen. Bank für die Sitzgelegenheit oder das Geldinstitut, Decke für die Tischdecke oder die Decke eines Raumes und auch der Morgenstern kann für die Waffe, aber auch das astronomische Objekt stehen. Das sind natürlich jetzt extreme Beispiele, aber selbst bei einem Begriff wie Apfel, wenn man sich nun mal einen Apfel vorstellt, wird der Apfel, den ich mir gerade vorstelle, nicht unbedingt der gleiche sein, den du dir gerade vorstellst, beziehungsweise ist das eine Unmöglichkeit. Meiner ist zum Beispiel gerade grün, deiner könnte rot sein. Wir sprechen aber immer noch über denselben Apfel oder über Äpfel. Der Sinn eines Zeichens konstituiert sich aus dem, wie Frege es nennt, gemeinsamen Schatz von Gedanken, den die Menschheit hat. Ein Autoliebhaber und ein Astronom haben vermutlich zunächst verschiedene Vorstellungen beim Hören des Wortes Trabant, können sich aber dennoch darauf einigen, dass das Wort sowohl das astronomische Objekt als auch den Kleinwagen umfasst, also dass der Ausdruck auf beide referiert, obwohl dies prima facie nicht ihren Vorstellungen entspricht. Dieser gemeinsame Schatz, von dem Frege spricht, unterliege einem zeitlichen Wandel. So war Querdenker zum Beispiel vor drei Jahren noch positiv konnotiert und heute meint es etwas ganz anderes. Also nun zum Verhältnis von Bedeutung, Sinn und Vorstellung. Das sind die drei Kernbegriffe, die wir jetzt thematisiert haben. Frege beschreibt das Verhältnis zwischen diesen drei Begriffen in seinem Aufsatz mit einem Gleichnis. Sagen wir, wir haben ein Fernrohr, welches auf den Mond gerichtet ist. Beim Betrachten des Mondes durch ein Fernrohr ist der Mond selbst als Referenzobjekt die Bedeutung. Das Bild auf dem Objektivglas des Fernrohrs vergleicht Frege mit dem Sinn. Das ist die Art des Gegebenseins des Mondes. Diese Gegebenseinsweise kann sich über die Zeit wandeln, zum Beispiel hat man bessere Fernrohre, Digitalkameras, Weltraumteleskope und so weiter, ist aber dennoch Anwärter intersubjektiver Einigung. Man kann sich darüber verständigen, dass ein Bild der NASA vom Mond der Mond ist, den ich am Nachthimmel mit bloßem Auge sehe. Die Art und Weise, wie dieses Bild auf dem Objektivglas auf die Netzhaut trifft und dort verarbeitet wird, vergleicht Frege mit der Vorstellung, das heißt mit einer speziellen Realisierung desselben Sinns, die sich aus der physiologischen Unterschiedlichkeit ergebe und daher intrasubjektive Abweichungen zulasse. Es ist nicht der Fall, dass die Netzhaut von Person A geometrisch konkurrent zu der Netzhaut von Person B wäre, sodass das Bild letztlich dann beim Empfänger anders aussehen wird. Wir haben also bisher drei Stufen der Verschiedenheit von Wörtern ausgemacht. Frege schreibt, entweder betrifft der Unterschied höchstens die Vorstellung oder den Sinn, aber nicht die Bedeutung oder endlich auch die Bedeutung. Erstens kann der Unterschied also die Vorstellung, aber nicht die Bedeutung betreffen. Die Bedeutung eines Ausdrucks kann gleich bleiben, die konkreten mentalen, bildlichen Realisierungen, die Vorstellungen aber verschieden sein. Dazu hatten wir schon genügend Beispiele, ich blende hier nochmal zwei auf. Zweitens kann der Unterschied den Sinn betreffen, nicht aber die Bedeutung, hier ist zum Beispiel das Abendstern-Morgenstern-Beispiel zu nennen oder 8-4 und 2-2 für die Zahl 4. Und letztlich kann der Unterschied drittens auch durch die Bedeutung begründet sein, zum Beispiel bei Schokolade und Kot. Die Referenz bei Frege die Bedeutung von einem Eigennamen ist vielleicht noch ersichtlich. Montag referiert auf den ersten Tag der Woche, George Orwell auf den englischen Schriftsteller. Auf was referiert aber ein Satz wie Montag ist der erste Tag der Woche? Frege würde sagen, auf den Wahrheitswert, also bei Montag ist der erste Tag der Woche, auf den Wahrheitswert wahr. Schauen wir uns zunächst das Frege-Prinzip an. Dieses besagt zwei Dinge. Die Bedeutung eines komplexen, das heißt aus Teilausdrücken zusammengesetzten Ausdrucks, ist durch A die Bedeutung seiner Teile sowie B der Art ihrer Zusammensetzung bestimmt. Als Beispiel, wir verstehen Hund beißt Mann, indem wir die Teilausdrücke Mann, Hund bzw. beißt verstehen und anhand der Art der Zusammensetzung. Das kann man sich dadurch klar machen, dass Mann beißt Hund etwas ganz anderes sagt. Also es kommt auch auf die Art der Zusammensetzung an. Man spricht hier von der zweifachen Gliederung der Sprache. Das Frege-Prinzip gilt aber auch so für formale Sprachen, die ja vor allem das Interesse Freges waren. Wir verstehen zwei plus vier, wenn wir vier und zwei verstehen und die Art der Zusammensetzung, hier also die Addition. Eine so wichtig wie umstrittene Unterscheidung ist in der Sprachphilosophie die zwischen Extension und Intention. Extension ist bei Frege vage mit Bedeutung zu übersetzen, die Bedeutung eines Begriffs, also das unter ihnen Fallende, der Begriffsumfang. Die Extension vom Begriff Naturwissenschaft ist zum Beispiel Physik, Mathematik, Chemie, Biologie, eben alles, was unter den Begriff fällt. Das nennt man Extension bzw. Begriffsumfang. Daneben gibt es die Intention, das ist bei Frege vielleicht mit dem Sinn zu parallelisieren, das ist der Begriffsinhalt. Die Intention von Mensch zum Beispiel ist belebt, sterblich, auf zwei Beinen gehend, ungefiedert, vernunftbegabt, Werkzeuge produzierend und so weiter. Das Frege-Prinzip sagt also zwei Sachen. Erstens, die Bedeutung eines Ausdrucks ist durch die Extension ausreichend bestimmt. Zweitens, die Bedeutung ergibt sich von einem Satz aus der Bedeutung der Teilausdrücke plus der Art der Verknüpfung. Dieses Prinzip war allerdings auch Gegenstand von Kritik. Auf wortsemantischer Ebene etwa lässt sich bei natürlichen Sprachen häufig die Frage stellen und selten zweifelsweit klären, ob ein Ausdruck denn überhaupt komplex gebildet ist oder nicht eine vollständig idiomatisierte Form darstellt. Als Beispiel Faustregel, meint das Regel der Faust oder Augenblick als Blick des Auges. Nun gut, gehen wir weiter im Text. Sinn und Bedeutung von Eigennamen wurden nun behandelt, jetzt geht es also zu den Sätzen. Wir haben die Eigenname abgehandelt und jetzt gehen wir zu den Sätzen. Hier wollen wir auch wieder über Bedeutung und Sinn sprechen und diese bestimmen. Ich hatte schon darauf angespielt, dass die Bedeutung, also das, auf was ein Satz verweist, sein Wahrheitswert ist. Frege fragt nun weiter im Text, ist der durch den Satz ausgedrückte Gedanke nun als dessen Sinn oder als dessen Bedeutung anzusehen. Ersetzen wir in ihm ein Wort durch ein anderes von derselben Bedeutung, aber anderem Sinne, so kann dies auf die Bedeutung des Satzes keinen Einfluss haben. Nun sehen wir aber, dass der Gedanke sich in einem solchen Falle ändert. Diese Idee wollen wir nun entwickeln. Dafür löse ich mal seine Analyse für Sätze auf. Die Bedeutung eines Satzes, also das, worauf er referiert, ist für Frege der Wahrheitswert. Montag ist der erste Tag der Woche, referiert also auf den Wahrheitswert wahr. Der Sinn eines Satzes ist der durch ihn ausgedrückte Gedanke, der objektiv ist und daher stark von der Vorstellung getrennt sein sollte. Der durch den Satz des Pythagoras ausgedrückte Gedanke zum Beispiel, also die Beziehung zwischen der Summe der Kathetenquadrate zum Hypotenusenquadrat, ist trägerunabhängig und zeitlos wahr. Das ist der durch diesen Satz ausgedrückte Gedanke. Das Fregeprinzip sagt, zur Erinnerung, dass die Bedeutung eines komplexen, das heißt aus Teilausdrücken zusammengesetzten Ausdrucks, a durch die Bedeutung seiner Teile, b der Art ihrer Zusammensetzung bestimmt ist. Und ein letzter Begriff, den ich für die Analyse einführen muss, der aber auch nicht zu schwer ist. Zwei Begriffe heißen Coextensional, wenn sie die gleiche Extension haben, also im gleichen Begriffsumfang. So sind zum Beispiel der höchste Berg der Erde und der Mount Everest Coextensional. Sie bezeichnen beide einen Berg. Bekannt ist auch das Beispiel dieses Coextensionalen Begriffspaars, Lebewesen mit Herz und Lebewesen mit Nieren. Diese beiden Begriffe bezeichnen die gleiche Anzahl an Lebewesen, vorausgesetzt jedes Lebewesen hätte sowohl Herz als auch Niere. So würden eben dann die Begriffe die gleiche Anzahl an Tieren umfassen. Wir möchten nun weiter die These untersuchen, nach der die Bedeutung von Sätzen ihr Wahrheitswert ist. Frege schreibt, Ersetzen wir in ihm, damit meint er den Satz, ein Wort durch ein anderes von derselben Bedeutung, aber anderem Sinne, so kann dies auf die Bedeutung des Satzes keinen Einfluss haben. Dies ist beim Gedanken nicht möglich, aber beim Wahrheitswert, also bei der Bedeutung eines Satzes. Fachsprachlich formuliert lautet die These von Frege, dass die Coextensionale Ersetzung salva veritate ist, das heißt wahrheitserhaltend. Das versteht man am besten an Beispielen. Wenn wir in dem Satz Sir Edmund Hillary bestieg den Mount Everest, Mount Everest ersetzen durch den höchsten Berg der Erde, so ist der Satz immer noch wahr. Gleichermaßen verhält es sich mit dem Satz unten drunter, wenn wir Neil Armstrong durch der erste Mann auf dem Mond ersetzen. Beide waren Amerikaner, denn Neil Armstrong ist der erste Mann auf dem Mond. Das meint, dass die Coextensionale Ersetzung zweier Ausdrücke salva veritate ist. Wir können sie ersetzen, ohne dass sich der Wahrheitswert des Satzes ändert. Wichtig für den weiteren Verlauf ist Freges Dreiteilung in gewöhnliche, gerade und ungerade Rede. Bei der ungeraden Rede ist nämlich das eben besprochene Konzept nur eingeschränkt möglich. Frege macht deutlich, dass in der gewöhnlichen Rede die Bedeutung eines Ausdrucks mit dem zusammenfällt, worüber der Sprecher spricht. Man spricht in der modernen Sprachphilosophie von der Objektsprache. Das wäre ein Satz wie Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Die gewöhnliche Rede grenzt Frege nun gegen die ungerade und gerade Rede ab. Frege schreibt, es könne vorkommen, dass man über die Wörter oder deren Sinn sprechen möchte. Also wenn ich zum Beispiel sage, Berlin hat sechs Buchstaben, dann spreche ich nicht über die Stadt Berlin, sondern über das Wort Berlin als solches. Gerade Rede kommt zum Beispiel bei Zitaten vor, zum Beispiel bei sowas wie Anton sagt, Freges Text ist ziemlich spannend. Ungerade Rede kommt beim Sprechen vom Zitat Sinn der Rede des Anderen vor. Zum Beispiel, Anton glaubt, dass Frege der größte Logiker seit Aristoteles ist. Warum ist diese Unterscheidung wichtig? Naja, das hatte ich eigentlich schon gesagt. Es kann bei Ausdrücken in ungerader Rede zur Verletzung des Frege-Prinzips kommen. Man spricht statt ungerader Rede auch von opaken Kontexten. Diese hat man zum Beispiel bei Modalausdrücken, propositionalen Einstellungen und Metasprache. Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Nehmen wir zwecks Illustrationen erstmal die Modalausdrücke. Das sind Begriffe wie möglich und notwendig. Ein Beispiel, der Satz, die Zahl 8 ist notwendigerweise gerade, ist wahr, aber der Satz, die Zahl der Planeten in unserem Sonnensystem ist notwendigerweise gerade, nicht. Bei dem einen handelt es sich um eine mathematische Notwendigkeit. Die Zahl der Planeten in unserem Sonnensystem hätte auch anders sein können. Es ist nicht notwendig, dass die Zahl 8 beträgt. Eine Bemerkung, die Zahl 8 und die Zahl der Planeten im Sonnensystem sind koextensional. Daher haben wir sie gemäß dem Fregeprinzip ersetzt. Dieses scheitert aber hier. Der Satz, die Zahl der Planeten im Sonnensystem ist notwendigerweise gerade, ist falsch. Es ist nicht notwendig. Es kann anders sein, ohne dass das Sonnensystem zerbrechen würde. Außerdem scheitert das Fregeprinzip bei sogenannten propositionalen Einstellungen. Propositionale Einstellungen sind Einstellungen, Haltungen, Beziehungen zu einer Proposition. Eine Proposition ist der Aussageinhalt eines Satzes. Nehmen wir einen Satz wie Michael glaubt, dass Platon in Athen geboren ist und versuchen Platon durch den koextensionalen Ausdruck der Urheber der Ideenlehre zu ersetzen. Also Michael glaubt, dass Platon in Athen geboren wird, wird zu Michael glaubt, dass der Urheber der Ideenlehre in Athen geboren ist. Und diese haben nicht unbedingt denselben Wahrheitswert, nämlich insofern Michael nicht weiß, dass Platon der Urheber der Ideenlehre ist. Aufscheitern wird das freige Prinzip bei Metasprache. Metasprache ist, grob gesagt, Sprache über Sprache. Die Sprache, über die wir in der Metasprache sprechen, der Gegenstand der Sprache ist, heißt Objektsprache. Zwei Beispiele sollten die Idee klar machen. Einmal haben wir den Satz Berlin ist die Stadt, in der Hegel gestorben ist. Hier sprechen wir über Berlin als Stadt und über Hegel als Philosophen. Wenn ich aber sage, Berlin hat sechs Buchstaben, so spreche ich über das Wort Berlin, nicht die Stadt. Ersetzen wir im wahren Satz Berlin hat sechs Buchstaben, Berlin durch die Stadt, in der Hegel gestorben ist, die koextensionale Ausdrücke sind, dann haben wir den Satz die Stadt, in der Hegel gestorben ist, hat sechs Buchstaben. Und das ist nicht wahr. Die Stadt, in der Hegel gestorben ist, als metasprachliches Wort, hat mehr als sechs Buchstaben. Nämlich 27 Buchstaben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die Unterscheidung von Objekt- und Metasprache kommt auch oft bei vermeintlich lustigen Schülerantworten vor. Hier wird der Satz Schreiben Sie weiter objektsprachlich gemeint, der Schüler liest es aber metasprachlich. Die Metasprache müsste hier allerdings mit Anführungszeichen gekennzeichnet sein, sodass diese Lesart unsinnig ist. Auch bei Wer wird Millionär kann einem diese Trennung helfen. Die eingeloggte Antwort ist tatsächlich richtig. Die Silben I und R können durch einen Trennstrich getrennt werden. Das ist die Idee. Ich werde jetzt noch ein wenig unsystematischer Gedanken einstreuen, die bei Friege im Text anklingen. Zum einen das Problem der Existenzpräsupposition. Friege schreibt, Aber sicher ist doch, dass jemand, der im Ernste den Satz Odysseus wurde tiefschlafen in Itakans Land gesetzt, für wahr oder falsch hält, auch dem Namen Odysseus eine Bedeutung zuerkennt, nicht nur einen Sinn. Denn der Bedeutung des Namens wird ihr das Prädikat zu oder abgesprochen. Ein anderes Beispiel, wenn ich sage, Tick, Trick und Track sind die Neffen von Donald Duck und die Großneffen von Dagobert Duck. Dann ist der Satz offenbar wahr, obwohl er keine Bedeutung hat, denn Tick, Trick, Track, Donald Duck und Dagobert Duck, die haben sicher keine Bedeutung, sie referieren auf nichts in der realen Welt. Ein Satz, der nur einen Sinn hat, aber keine Bedeutung, wie der Odysseus-Satz oder der mit Donald Duck, verliert, so Friege, an Erkenntnisgewinn, da er sich auf nichts bezieht. Man könnte knapp formulieren, ein Satz ohne Bedeutung, im frägischen Sinne, also ohne Referenz, verliert seine Bedeutsamkeit für die wissenschaftliche Betrachtung und ist allein der Kunst vorbehalten. Der Ausdruck Präsupposition bezeichnet in der Sprachphilosophie und in der Linguistik eine implizite Voraussetzung von presuppose, vorannehmen. Eine Präsupposition ist eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Satz überhaupt wahr oder falsch beurteilt werden kann. Friege schreibt an einer Stelle in Übersinn und Bedeutung, Wenn man also behauptet, Kepler starb im Elend, so ist dabei vorausgesetzt, dass der Name Kepler etwas bezeichne. Aber darum ist doch im Sinne des Satzes Kepler starb im Elend der Gedanke, dass der Name Kepler etwas bezeichne, nicht enthalten. Wenn das der Fall wäre, müsste die Verneinung nicht lauten, Kepler starb nicht im Elend, sondern Kepler starb nicht im Elend oder der Name Kepler ist bedeutungslos. Um die ontologischen Grundlagen von Theorien und Sätzen aufzudecken, ist es notwendig, erst ihre ontologischen Voraussetzungen freizulegen. Dazu muss die komplexe Struktur der Alltagssprache vereinfacht und in die kanonische Notation der Prädikatenlogik überführt werden. Als Kern dieses Verfahrens schlägt Quine im Anschluss an Russells Theorie von der definiten Beschreibung der Kennzeichnungen vor, die in der Umgangssprache verwendeten Eigennamen durch logische Partikel zu ersetzen. Quines klassisches Beispiel sind negative Existenzbehauptungen wie die Aussage Pegasus existiert nicht. Ohne Transformation wäre diese Aussage sinnlos, da sie dem Namen Pegasus die Last des Objektbezugs aufbürdet, mit dem wir uns zur Annahme der Existenz von Pegasus verpflichten würden. Nach Quine ist daher die Aussage Pegasus existiert nicht zu analysieren als es gibt nichts, das Pegasus ist. Die Last des Objektbezugs geht so vom Namen Pegasus an die Partikel etwas über, die in kanonischer Schreibweise als durch den Existenzquantor gebundene Variable dargestellt wird. Was wir als existierend gelten lassen, zeigt sich allgemein daran, welche Werte wir für die Variable x einzusetzen bereit sind. Die Kategorienfehler. Vor allem in der Philosophie des Geistes, wenn es dann um subtilere Begrifflichkeiten geht. Gut, also weiter im Skript. Es wird wie gesagt nun etwas unzusammenhängender. Ich möchte meine Gedanken jetzt trotzdem gesammelt zur Verfügung stellen. Wir haben ganz am Anfang über Leibnizs Satz von der Identität des Nichtunterscheidbaren gesprochen. Ich möchte nun mit dem Wissen, das wir haben, den Satz in seiner genaueren Fassung thematisieren. Die genaue Fassung lautet, A und B bezeichnen genau dann denselben Gegenstand, wenn sich A für B in allen Aussagen bei Erhaltung des Wahrheitswertes ersetzen lässt. Um das zu verstehen, müssen wir die Frage beantworten, was genau ein Prädikat ist. Es handelt sich bei einem Prädikat um einen Ausdruck, der eine oder mehrere freie Variablen, Leerstellen, freilässt und durch die Belegung aller freien Variablen in eine wahre oder falsche Aussage übergeht. Nehmen wir das dreistellige Prädikat hier, x geht mit y und z zur Uni. Das lässt drei Leerstellen frei und wenn ich für x und y und z spezielle Einsetzungsinstanzen wähle, dann geht dieser Satz in einen wahren oder falschen Satz über. Ein anderes Beispiel, wir können das einstellige Prädikat nehmen, x ist ein Feiertag. Wenn ich da Heiligabend einsetze, dann geht dieser Satz in wahr über. Wenn ich dort den 6. Januar einsetze, dann in einen falschen Wert. Frege würde hier von Begriffsausdrücken sprechen. Wähle ich zum Beispiel a als Anton, b als Gottlob Frege und c als Ludwig Wittgenstein, so wäre f von a, b, c, also Anton geht mit Gottlob Frege und Ludwig Wittgenstein zur Uni falsch. Ein Prädikat ist einfach eine Abbildung von einem Diskursuniversum, einem Individuenbereich, in die Menge der Wahrheitswerte, also 0 und 1. Wählen wir hier zum Beispiel d als Heiligabend und d2 als der 24. Dezember. Dann ist g von d wahr und g von d2 ist auch wahr. Hier ist also die Ersetzung geglückt. Der Wahrheitswert bleibt unberührt und um zu sagen, dass der 24. Dezember und Heiligabend verschieden sind, müsste man gemäß des Satzes von Leibniz einen Satz finden, in dem die Ersetzung nicht salve veritate, das heißt nicht wahrheitserhaltend, vonstatten geht. Die Identität wird gemäß diesem Prinzip in der Prädikatenlogik zweiter Stufe wie folgt definiert. a ist gleich b, wenn für alle Prädikate f gilt, dass fa und fb äquivalent sind, das heißt, dass sie immer gemeinsam wahr oder gemeinsam falsch sein müssen. Es kann nicht sein, dass der eine wahr ist und der andere falsch, sonst wären sie nicht identisch. Also wenn man einen Satz findet, der dem einen, z.B. dem a, zukommt, aber dem b nicht, dann wären die nicht identisch. Und das formalisiert man eben über diese Prädikate. Ein Aspekt, der bei Frege kurz im Text anklingt, ist seine Redundanztheorie der Wahrheit. Die Redundanztheorie der Wahrheit besagt, dass Sätze, in denen das Wort wahr vorkommt, in der Regel redundant sind, insofern der Zusatz wahr gestrichen werden könne. Dieser Begriff kann ohne Informationsverlust aus der Sprache eliminiert werden, er ist in einem gewissen Sinne überflüssig. Ist wahr ist ein metasprachlicher Kommentar zu einem Satz. Wenn jemand sagt, der Gedanke, dass 5 eine Primzahl ist, ist wahr, dann ist der Zusatz ist wahr nur ein Sprecherkommentar, ein Ausdruck dafür, dass er den Gedanken für wahr hält und sagt nichts über die inhaltliche Wahr oder Falschheit der Aussage, dass 5 Prim ist. Frege schreibt, Man kann ja geradezu sagen, der Gedanke, dass 5 eine Primzahl ist, ist wahr. Wenn man aber genauer zusieht, so bemerkt man, dass damit eigentlich nichts mehr gesagt ist, als in dem einfachen Satz 5 ist eine Primzahl. Daraus ist zu entnehmen, dass das Verhältnis des Gedankens zum Wahren doch mit dem des Subjekts zum Prädikate nicht verglichen werden darf. Es scheint aber auch Sätze zu geben, das ist eine Kritik an dem Prinzip, wo man ist wahr nicht ersatzlos streichen kann, die aber doch eine Aussage sind, wie zum Beispiel in Alles, was der Papst sagt, ist wahr. Der Satz ergibt ohne den Teil ist wahr keinen Sinn mehr. Der Sinn eines Satzes ist der durch ihn ausgedrückte Gedanke, das hatten wir schon festgehalten. Aber was ist für Frege eigentlich ein Gedanke? Wichtig ist, dass er damit keine Vorstellung meint. Eine Vorstellung ist ein mentales Bild, das rein subjektiv ist. Den durch einen Satz ausgedrückten Gedanken möchte Frege als objektiv verstehen wissen. Das ist wohl aus der Mathematik motiviert. Wir hatten das Beispiel mit dem Satz von Pythagoras. Er wendet sich gegen die Konzeption, dass mathematische Objekte vom Gedachtwerden abhängen, das heißt nur im Denken existent sind. Man spricht von Antipsychologismus. Die Zahl sei etwas Objektives und Objektivität heißt bei Frege unabhängig vom Empfinden, Anschauen und Vorstellen. Frege trennte, im Gefolge auch Husserl und letztlich die gesamte moderne Logik, den Gedanken als subjektives, psychisches und individuelles Ereignis, bei Frege die Vorstellung, vom Gedanken im objektiven Sinn als eigentlichen Gegenstand der Logik. Die negative Abgrenzung von Gedanken zu Vorstellungen ist vielleicht noch nachvollziehbar, die positive Bestimmung des ontologischen Status der Gedanken ist strittiger. Frege lagert dieses in ein drittes Reich, wie er es nennt. Ein Gedanke ist, nach Frege etwas, bei dem ein Wahrheitswert überhaupt in Frage kommen kann. Für Frege gilt, die Gedanken sind weder Dinge der Außenwelt noch Vorstellungen. Ein drittes Reich muss anerkannt werden. Hiermit ist aber auch gesagt, dass der Gedanke nichts Subjektives kein Erzeugnis unserer seelischen Tätigkeit ist. Denn der Gedanke, den wir im pythagoreischen Theorem haben, ist für alle derselbe und seine Wahrheit ist ganz unabhängig davon, ob er von diesem oder jenem Menschen gedacht wird oder nicht. Das Denken ist nicht als Hervorbringen des Gedankens, sondern als dessen Erfassung anzusehen. Der Satz des Pythagoras ist nach Frege zeitlos und trägerunabhängig wahr. Entsprechend ist das Tempus des Präsenz in Ist-Wahr nach Frege ein Tempus der Unzeitlichkeit. Er schreibt, die Gedanken sind weder Dinge der Außenwelt noch Vorstellungen. Ein drittes Reich, im Sinne der drei Weltenlehre, muss anerkannt werden. Was zu diesem gehört, stimmt mit den Vorstellungen darin überein, dass es mit den Sinnen wahrgenommen werden kann, mit den Dingen aber darin, dass es keines Trägers bedarf, zu dessen Bewusstseinsinhalten es gehört. So ist zum Beispiel der Gedanke, den wir im pythagoreischen Lehrsatz aussprachen, zeitlos wahr, unabhängig davon, ob ihn jemand für wahr hält. Er bedarf keines Trägers. Er ist wahr, nicht erst, seitdem er entdeckt worden ist, wie ein Planet, schon bevor ihn jemand gesehen hat, mit anderen Planeten in Wechselwirkung gewesen ist. Das Slingshot-Argument ist ein Argument dafür, dass Sätze über Wahrheitswerte referieren. Es geht zurück auf die Aussage Freges, dass der Wahrheitswert eines Satzes seine Bedeutung, das heißt seine Referenz ist. Frege schreibt dazu in Übersinn und Bedeutung, wenn nun der Wahrheitswert eines Satzes dessen Bedeutung ist, so haben einerseits alle wahren Sätze dieselbe Bedeutung, andererseits alle falschen. Wir sehen daraus, dass in der Bedeutung des Satzes alles Einzelne verwischt. Es kann uns also niemals auf die Bedeutung des Satzes allein ankommen, aber auch der bloße Gedanke gibt keine Erkenntnis, sondern erst der Gedanke zusammen mit seiner Bedeutung, das heißt seine Wahrheitswerte. Church deckt diese These in An Introduction to Mathematical Logic mit dem Slingshot-Argument. Es basiert auf zwei Prämissen. Die erste Prämisse ist, wird in einem Satz ein Ausdruck durch einen extensionsgleichen anderen Ausdruck ersetzt, so ändert sich die Extension des Satzes nicht. Das ist eben das koextensionale Ersetzungsprinzip, das salva veritate abläuft. Die zweite Prämisse lautet, rein syntaktische Umformungen ändern gleichfalls nicht die Referenz eines Satzes, falls sich durch die Umformung der Wahrheitswert nicht ändert. Nehmen wir folgenden Ausgangssatz. Walter Scott ist der Autor von Waverley. Dann folgt aus Prämisse 1, Walter Scott ist der Verfasser von 29 Waverley-Romanen. Aus Prämisse 2 folgt, 29 ist die Anzahl der von Walter Scott verfassten Waverley-Romane. Hier ändern wir nur die syntaktische Anordnung. Dann wieder Prämisse 1 angewandt, 29 ist die Anzahl der Counties des Staates Utah. Diese Sätze haben natürlich nicht viel miteinander zu tun. Alles einzelne ist verwischt, wie Frege sagen würde. Die beiden Sätze, Sir Walter Scott ist der Autor von Waverley und die Anzahl der Counties in Utah ist 29, obwohl sie die gleiche Bedeutung haben, scheinen tatsächlich sehr wenig gemeinsam zu haben. Die auffälligste Gemeinsamkeit ist, dass beide wahr sind. Die Ausarbeitung von Beispielen dieser Art führen uns schnell zu der zumindest plausiblen Schlussfolgerung, dass alle wahren Sätze die gleiche Bedeutung haben, sie also über Wahrheitswerte referieren. Und parallele Beispiele können auf die gleiche Weise verwendet werden, um zu suggerieren, dass alle falschen Sätze die gleiche Bedeutung haben. In Die Grundlagen der Arithmetik hat Frege drei Prinzipien formuliert, die für sein tieferes Verständnis wichtig sind. Erstens, es ist das Psychologische von dem Logischen, das Subjektive von dem Objektiven scharf zu trennen. Das ist eben der angesprochene Antipsychologismus. Zweitens, nach der Bedeutung der Wörter muss im Satzzusammenhang nicht in ihrer Vereinzelung gefragt werden. Das ist das Kontext beziehungsweise Kompositionalitätsprinzip, auf das ich gleich noch eingehen werde. Und letztens, der Unterschied zwischen Begriff und Gegenstand ist stets im Auge zu behalten. Das hatten wir ganz am Anfang, Zahlwort ist nicht mit Zahl zu verwechseln. Wir hatten auch über die zweifache Gliederung der Sprache gesprochen. Das Kontext- und Kompositionalitätsprinzip ist damit verwandt. Die Wirkung von Kontext- und Kompositionalitätsprinzip wird an folgendem Beispiel anschaulich. Klaus sah den Mann auf dem Berg mit dem Fernrohr. Ohne Kenntnis des Kontextes lässt sich aus diesem Satz schwer erkennen, wer sich auf dem Berg befindet und wer im Besitz des Fernrohrs ist. Es ist möglich, dass Klaus einen Mann sah, der sich auf einem Berg befand und ein Fernrohr hatte. Dabei ist es möglich, aber nicht notwendig, dass Klaus sich ebenfalls auf dem Berg befand. Es ist aber genauso möglich, dass Klaus durch ein Fernrohr einen Mann auf dem Berg sah. Schließlich könnte es sein, dass Klaus sich auf dem Berg befand und mit dem Fernrohr den Mann sah. Ausgeschlossen hingegen ist die Interpretation, dass Klaus auf dem Berg war und einen Mann mit einem Fernrohr sah. Dieser Sinn ergibt sich nur durch die veränderte Satzstellung. Klaus sah den Mann mit dem Fernrohr auf dem Berg. Ansonsten bedarf auch der zweite Satz einer Kenntnis des Kontextes für sein richtiges Verständnis. Ganz anders verhält es sich bei diesen Varianten. Klaus sah mit dem Fernrohr den Mann auf dem Berg. Klaus sah auf dem Berg den Mann mit dem Fernrohr. Klaus sah auf dem Berg mit dem Fernrohr den Mann. Die Fähigkeit, die Satzkomposition zu interpretieren, das Beherrschen der Sprache, gibt den jeweiligen Aussagen ihren Sinn. Das Beherrschen der Sprache,